Wir sind hier auf der Baustelle des Projekt Zense Viadukt, einem rund 100-jährigen Viadukt, wo wir jetzt innerhalb von drei Wochen am Sanieren sind. Das Viadukt wird jetzt innerhalb von 14 Tagen vor Seiten der Arbeitsgemeinschaft in einer relativ kurzen Zeitspanne saniert. Wir haben relativ grosse Herausforderungen in Bezug auf Logistik, technischem Know-how, das wir umsetzen müssen. Wir haben viel Personal auf der Baustelle, die jetzt innerhalb von diesen 14 Tagen im Dreischichtbetrieb 24 Stunden lang arbeiten. Wir überwinden die relativ kurzen Arbeitsprozesse mit hechtischem Know-how, wie zum Beispiel Beton, der schnell abgebildet ist, damit wir die Ausschalfristen reduzieren können und relativ schnell vorwärts machen können. Für die Renovation von der Baustelle, mehr als 1,000 m³ von Rapid-Hardening Concrete verwendet wurden. Und bereits fünf Stunden nach der Produktion des Concretes, der Formwerk wurde verwendet. Eine der größten Herausforderungen von diesem Projekt ist, dass der Projekt in der Mitte der Sommer stattfindet, also wir haben sehr heiße Temperaturen. Und die Temperaturen frischemm³ sind rund 30 Grad Celsius. Was usually passiert, ist, dass die Open-Times, also die Workability-Times der Konkrete, ist extremlich reduziert bei diesen heißen Temperaturen. Und deswegen, die Mix-Times-Times-Times war speziell-adjustiert, damit zumindest zwei Stunden der Workability-Times ist garantiert. Eine andere Herausforderung ist, dass die Konsistenz war verschieden, weil sie einmal die Konkrete mit einem Pump und mit einem Crane verwendet wurden. Und das ist deshalb, dass sie eine sehr fluide Mix und eine sehr stiffer Mix brauchte. 25. 2. 2 3. 4. 4. 4. 5. 5. 7. 6. 6. 7. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Ja, schau mal rein. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020